Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zum aktuellen Programmplan vom 5. bis zum 11. August. Diese Woche mit einem brandneuen Spielchen, auch wenn es eigentlich nicht so brandneu ist, aber eben neu auf dem Kanal und das eigentlich auch nicht erst seit dieser Woche, sondern schon seit Samstag, wo die erste Folge Shadowrun Hongkong als Premiere stattfand, also als Video, wo man wie im Livestream drin sein kann, jeder sieht das Gleiche, kann im Chat miteinander sich unterhalten, ist leider, sage ich mal, als Premiere nicht ganz so gut besucht gewesen, wie ich es erhofft hatte, was allerdings am Ende auch gar nicht so schlimm war, weil ich an dem Tag noch vorher bei einem Footballspiel gucken war und das um eine Stunde später angefiffen wurde, weil die gegnerische Mannschaft sich ein bisschen im Stau verfriemelt hat und deswegen hatte ich den ersten Teil der Premiere selbst auch nur mobil angucken können. Ich konnte das nicht mehr verschieben, weil YouTube aus welchen Gründen auch immer fast alles zwar mobil ermöglicht, aber nicht das Verschieben einer Premiere, obwohl die Planung nicht viel anders ist als für andere Videos, aber Premieren lassen sich mit der Mobil-App nicht verschieben und ich verstehe es nicht. Also, tut mir leid, aber manchmal hat YouTube auch Angewohnheiten, wo ich so ein bisschen ins Grübeln gerate, wie das nur zustande kommen kann, auch wenn ich sonst immer sehr pro YouTube ausgerichtet bin, wenn andere rumjammern, aber das finde ich irgendwie ein bisschen deppert, aber egal. Ansonsten war diese Woche echt eine richtig schöne Aufnahmewoche, obwohl ich am Wochenende kaum irgendwie was aufgenommen habe, aber davor lief es richtig gut mit in der Woche. Am Wochenende kam halt, zum einen hatte ich Football geguckt, wie gesagt, dann hatte ich mir wirklich stundenlang einen Pen & Paper Charakter für das Setting Splittermond zurecht gebastelt und ja, das wurde zum einen reichlich spät dann, als ich mit dem Charakter so weit, so gut fertig war, habe den dann am Sonntag doch nochmal umgebastelt, aber auch die Gedanken, die waren dann halt irgendwie beim Charakter die ganze Zeit, weil ich da x Magieschulen durchgewühlt habe, dann die Frage, welche Meisterschaften, welche Fertigkeiten und ja, da war ich dann gedanklich noch so ein kleines bisschen beim Charakter und bin dann, bzw. hatte dann nicht mehr die Muse, noch irgendwas aufzunehmen am Samstag und jetzt am Sonntag, da bin ich jetzt auch nicht so großartig dazu gekommen, macht aber wie gesagt nichts, weil es in der Woche recht gut geklappt hat und ja, ich bleibe trotzdem weiterhin bei den elf Folgen, das tut mir derzeit gut, was den Kanal angeht, da bin ich dann viel lockerer dabei, ich habe jetzt über eine Woche, sage ich mal, Puffer an Folgen wieder, das ist entspannt und ich hoffe, dass der Puffer noch ein kleines bisschen größer wird, damit selbst, wenn ich mal, was weiß ich, krank werden sollte oder sonst was vorkommt, auf der sicheren Seite bin. Ansonsten hoffe ich, dass ihr wirklich eine sehr schöne Woche hier habt mit Shadow in Hongkong als neues Spielchen, was so ein bisschen, ich sage mal, Hörspielcharakter hat, weil da ist echt extrem viel Text und möglich gemacht hat das wirklich nur eine deutsche Fan-Übersetzung, das spielt eigentlich auf Englisch und obwohl ich recht gut Englisch kann, Ad-Hoc-Übersetzen liegt mir absolut nicht bei einem Let's Play, das habe ich schon mal bemerkt und entsprechend ist das erst möglich geworden beziehungsweise mir kam die Idee sofort, als ich gesehen habe, geil, es gibt eine deutsche Fan-Übersetzung, da kam gleich so die Idee, Mensch, ich bin so heiß auf Cyberpunk, Shadowrun hat ein ähnliches Setting, nur mit Fantasy, äh, No-Brainer eigentlich, ich habe wieder Bock auf ein Rollenspiel und ja, hier sind wir nun mit Shadowrun Hongkong und ich hoffe, dass auch der ein oder andere Rollenspielfreund unter euch ist und mich dann bei meinen Abenteuern in Hongkong begleitet. Wir werden uns also bei den Let's Plays sehen oder beim nächsten Programmplan. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, ciao.